Ich bin Mutensen und es gibt ein schönes Gerücht, das wollte ich mal erzählen und darauf reagieren. Upload VR ist momentan die einzige Quelle, aus der das kommt. Alle zitieren und dementsprechend ich dann auch. Es gibt Gerüchte von gut unterrichteten Kreisen über die Specs oder einige Specs der neuen PlayStation VR-Brille. Ihr wisst das alle, wir warten schon sehnsüchtig, dass Sony uns da Sachen erzählt. Vor ein paar Monaten haben sie uns die Controller gezeigt. Witzigerweise, bevor das mit den Controllern passiert ist, war ich mir ziemlich sicher, dass die nächste PlayStation VR einfach das Brett wird. Ja, wirklich. Ich habe gedacht, die wird alles wegfetzen, was es bisher an Technologie gab und im Regen stehen lassen. Als die Controller gezeigt wurden, hat mich das so ein bisschen wieder auf Normalität gelevelt. Denn die sehen im ersten Anlauf halt genauso aus wie der momentane Controller-Standard. Halt so ein kleiner Griff mit einem Analog-Stick. Hier, ich habe zufällig die Index-Controller dabei. Mit einem Analog-Stick und Knöpfchen und einem Trigger und einem Grip. Alles wie die Oculus Touch-Controller oder die Index-Controller oder die H-Reverb G2-Controller. Eigentlich jeder Controller sieht mittlerweile so aus. Und deswegen dachte ich so, okay, das ist jetzt ja gar nicht so aufregend. Die haben natürlich vom Dual-Sense-Controller dieses fantastische Haptic-Feedback und sowas mit drin. Was, glaube ich, noch ein richtig fettes Feature wird. Was man sich jetzt noch gar nicht so bewusst macht. Aber das wird in VR sehr interessant zum Thema Immersion. Wenn ihr da schießt oder irgendwas greift und werft und überhaupt Sachen macht und bekommt wirklich haptisches, brauchbares Feedback. Und nicht so ein kleines Bzzz oder so, was momentan in den aktuellen PC-Controllern passiert. Da bin ich teilweise wirklich immer ein bisschen irritiert. Da können unsere guten alten Moves wirklich mehr, was das haptische Feedback angeht. Das ist brauchbarer. Aber das ist jetzt nur ein kurzer Exkurs. Also, die Controller waren so, ich dachte, okay, okay. Und jetzt gucken wir mal, was es für aktuelle Gerüchte gibt über das Headset selber. Ihr lest es jetzt hier schon. 4K? Ja, ja, natürlich. So, und das ist vielleicht interessant vom technischen Standpunkt. We don't yet know the product's name. Genau, ich nenne sie jetzt die ganze Zeit PlayStation VR 2, damit wir alle wissen, was los ist. But multiple sources tell Sony shared details with partners. Natürlich, die Entwicklungsgeräte sind draußen von dem Ding, ja. Und Sony zeigt es Leuten, etc., etc. Das heißt, früher oder später passieren jetzt solche Leaks. Das war abzuwarten. Ich persönlich hoffe, dass es dazu führt, dass Sony dann demnächst mal ein offizielles Statement auch wieder macht, ja. Und uns mal das Gerät zeigt. Ich bin wahnsinnig neugierig, wie es aussieht. Tatsächlich, nur wie es aussieht und wie die Halterung ist und so. Ja, ich will es wissen. Und hoffentlich nicht wie eine Kugel. Und hier steht jetzt ganz klar, einer der Details ist die Auflösung, nämlich 4000x240 Pixel. Das ist so ziemlich exakt das Doppelte, was die aktuelle PlayStation VR hat. Wir wissen aber, die aktuelle PlayStation VR von 2016, die ist natürlich mit ihren 1920x1080, das ist HD-Auflösung, die wird dann ja auch nochmal pro Auge gesplittet. Ja, also 900 Pazze quetschte mal 1080. Nicht mehr gerade in der Führungsrolle, was die Auflösung angeht. Aber die macht da immer noch einen sehr guten Job, ja. Gerade, weil sie auch ein gutes Display hatte, das wenig Screen-Door-Effekt hat. PlayStation VR-Besitzer sollten sich mal die alte, zu damaliger Zeit Konkurrenz Vive und Oculus angucken. Die hatten andere Displays, da gab es ziemlich krass einen Screen-Door-Effekt. Ich fand das sehr erschreckend, als ich das das erste Mal gesehen habe. Aber mittlerweile haben eigentlich fast alle anderen VR-Brillen auch diese Art von Display, die wenig Screen-Door hat, ja. Und bedeutend höhere Auflösung. Ja, Oculus Quest, HP Reverb 2, kommen wir gleich zu. Hier gibt es jetzt doppelt so hohe Auflösungen, ja. Also pro Auge sind das dann 2000x2040 Pixel. Boom. Was echt mal eine Ansage ist. Die aktuelle Quest 2 kam ja mit einer, für mobile Verhältnisse, irren hohen Auflösungen daher. Und die hat nämlich, ich muss kurz spicken, 1832x1920 pro Auge. Also irgendwie 100, 200 Pixel weniger. Und das momentane Konsumermarkt-Pixel-Monster ist die HP Reverb G2. Die hat 2126x2126 pro Auge. Also auch irgendwie eine winzige Fingerhutladung Pixel mehr wiederum als dieses Gerüchtete. Und die würde ich jetzt mal sozusagen als VR-Retina-Standard definieren, die HP Reverb G2. Ja, das ist wirklich so scharf, das sieht krass aus. Interessant dabei. Falls ihr das nicht kennt. Ich erinnere mich noch, als ich ein iPhone 3 hatte. So habe ich so, oh, iPhone 3, voll cool alles. Dann kam Apple an mit dem iPhone 4 oder so und meinte so, hey Leute, jetzt hier Retina. Ihr seht die Pixel nicht mehr. Und in dem Moment dachte ich so, wie, ich sehe die Pixel nicht mehr. Ich sehe doch, ach ja, doch, okay, ich kann sie sehen. Hat mich nicht gestört bis zu dem Moment. Dann hatte ich ein iPhone 4 und hatte Isa, also meiner Freundin, das iPhone 3 gegeben. Und wenn ich mal irgendwann auf dem 3 wieder was geguckt habe, dachte ich so, oh mein Gott, wie konnte ich nur. Bei VR ist es halt viel schlimmer, weil man die Pixel so dicht vor den Augen hat. Und erst in dem Moment, wo man sie wirklich nicht mehr sehen kann, ist so eine Schwelle überschritten. Und ich habe das Gefühl, die HP Reverb G2 hat das jetzt schon gemacht. Also da bei 2000x2000 pro Auge ist wirklich der Moment erreicht, wo es super hart ist, noch Pixel zu sehen. Da muss man sich echt konzentrieren. Kostet aber irrsinnig viel Performance, weil diese Pixel ja auch bedient werden müssen. Und da kommt das Eye-Tracking, das Gerüchtete, auch noch dazu. Ich habe mir den Artikel natürlich hier durchgelesen, deswegen kann ich das jetzt alles erst mal so erzählen. Sie wird nämlich auch Eye-Tracking drin haben. Und das ist super interessant. Zum ersten Mal beim Thema Performance. Denn man kann damit sogenanntes Forfeit Rendering machen. Das gibt es jetzt auch schon in der eben zitierten Quest. Das ist ja ein mobiles Gerät, da muss man Rechenzeit sparen wie Hülle. Da funktioniert das aber als feste Version. In der Mitte des Bildes wird alles mit maximaler Qualität gerendert. Zum Rand hin wird das immer weniger. Das spart sehr viel Performance und fällt auch nicht sehr viel auf. Man guckt sich so dann mit der VR-Brille im Raum rum und guckt ja eigentlich mit den Augen immer in der Mitte. Und da ist es dann gut gerendert. Zu der Peripherie hin wird es dann ein bisschen unschärfer und schlechter geschädet und so. Und das fällt aber gar nicht auf. Im Falle der PlayStation VR oder andere Headsets mit Eye-Tracking. Aber das wäre dann das erste wirklich richtige Consumer-Headset, was standardmäßig Eye-Tracking drin hätte. Geht das sogar dynamisch. Also wenn ich nicht den Kopf bewege, sondern die Augen und rum gucke, dann ist es dort, wo meine Augen hingucken. Im Sweetsport ist es dann sweet und richtig geil Grafik. Und zum Rand hin wird es immer weniger. Aber wir sehen es nie, weil da, wo wir hingucken, sieht es immer geil aus. Und das ist das Coole. Das spart wahnsinnig viel Performance. Wenn man es richtig anwendet, ist der Performance-Gewinn immens. Und die PlayStation 5 ist ja jetzt auch nicht schwachbrüstig. Vor allen Dingen kann man die besser ausnutzen, als zum Beispiel auf PCs möglich ist, weil man hier mehr Close-to-Metal arbeiten kann. Also man kann aus einer PlayStation mehr Performance rauskitzeln, als auf einem PC, wo man ja auf diese Flexibilität Rücksicht nehmen muss. Und das alles zusammen bringt mich eigentlich auf den sehr guten Gedanken, dass wir halt, sobald die PlayStation VR 2 raus ist, zumindest eine Hardware haben, die theoretisch die momentanen optischen Gold-Standards von Half-Life Alyx oder so mühelos erreichen sollte. So, da müssen jetzt auch Developer rumsitzen und jahrelang für viel, viel Geld drauf hämmern, damit diese schöne Grafikqualität und Spielqualität dann auch geliefert wird. Aber die Hardware wäre dann da mit der Leistung. Voila. Ein interessantes Ding, was wir auch noch mit den Gerüchten drin haben, ist, ich lese mal kurz vor, A motor in the headsets can be used by developer to give direct haptic feedback. Und das ist interessant. Das gibt es nämlich bisher auch gar nicht. Nicht fest eingebaut. Ich habe tatsächlich schon mal Lösungen gesehen, dass man sich so ein Faceplate von BeHaptics, glaube ich sage, oder so, reinklemmen kann in seine Brille. Und dann ist das theoretisch in der Lage, auch irgendwelche Impulse zu geben, also Rumble oder so. Aber wie immer bei solchen Geschichten, könnt ihr euch vorstellen, braucht man Software, die das unterstützt, etc., etc. Ist also quasi egal. Bei der Playstation wird das fest eingebaut sein. Und das bedeutet, dann kann das Headset auch irgendwie rumblen. So, klingt vielleicht erstmal gruselig, aber ich kann mir das schon vorstellen, dass sie das natürlich so gelöst haben, dass das nicht irgendwie auf eurem Kopf wackelt. Und stellt euch mal vor, ihr habt eine Schießerei im Multiplayer-Gefecht, steckt euren Kopf raus und möchtet den Gegner schießen, der war aber schneller, und dann macht es am Kopf bei euch wirklich irgendwie wum, oder so. Alter Schwede. Immersion. Sehr geil, sehr geil. Also, was haben wir? Wir haben fantastische Auflösung, wir haben Eye-Tracking und damit auch wieder sehr viel Möglichkeiten, Performance freizusetzen. Und wir haben interessanterweise, und das ist das erste wirkliche Eigenstellungsmerkmal, dieses Rumble am Kopf. Super interessant. Worüber wir ja leider weiterhin nichts wissen, ist das Feet of View. Das fände ich auch nochmal interessant, denn das finde ich sehr bemerkenswert. Ja, bei der Valve Index ist das ein bisschen größer als bei allen Brillen, und das ist schon wirklich ein schönes Gefühl. Nicht mehr den Tunnel da so doll, so doll zu haben. Da würde ich mir auch sehr wünschen, dass sie es haben. Und was ich auch noch nicht erwähnt habe, das Gerät wird justierbare... Moment, finde ich das schnell? Blablabla... Da, Lens Separation Adjustment Dial. Und das bedeutet halt, wir werden wie bei der Index, jetzt bin ich schon wieder da, einen Einstellregler haben für die Linseneinstellung. Den IPD ist auch sehr wichtig, um sich das perfekt auf seine Augen einzustellen. Merkwürdigerweise hatten wir ja bei der PlayStation VR 1 überhaupt keine IPD-Einstellung, sondern nur ein festes Display, und per Software konnte man das regulieren. Das hat für mich fantastisch funktioniert. Deutlich besser als zum Beispiel das der Quest 2, die ja nur drei Stufen hat, und ich liege genau zwischen zwei Stufen, ist irgendwie nicht so ideal. Aber das sind alles tolle Geschichten, die wir jetzt schon wissen, und ich blicke sehr, sehr, sehr hoffnungsvoll in die Richtung PlayStation VR 2. Die PlayStation 5 wird übrigens, hat Sony auch leider gesagt, das ganze Jahr 2021 immer noch schlecht beziehbar sein. Also wir müssen eh warten bis nächstes Jahr, bis der große VR-Max-Game-Kick dann einsetzt. Heute ist noch eine Veranstaltung von HTC, die zeigen ihre neuen Brillen, die orientieren sich aber nicht so doll Richtung Consumer, sondern eher auf den B2B-Markt, und deswegen ist das vielleicht für uns nicht so wahnsinnig interessant. Aber es geht momentan immer voran, es gibt neue Hardware und Hardware, und wichtig ist aber eigentlich, und essentiell, dass es auch mal Software gibt. Software, die Leute für VR noch mehr interessiert, diese großen, pompösen Dribble-E-Spiele, die wir alle wollen, das wird die nächste spannende Frage, finde ich. Mehr als ja, sie wird die Pixel haben, die wir erwarten und so. Das wird das Ding, was mich umtreibt. Ja, was werden wir in der nächsten Generation PlayStation VR 2 wirklich anspielen, die es mal bekommt? Macht Sony ihre ganzen First-Party-Entwickler auch mal startklar und gibt uns irgendwie ein God of War und ein Horizon Zero Dawn oder zumindest irgendwelche Spin-Offs in VR. Ja, ansonsten weiß ich auch nicht. Also, wenn den Job jetzt wieder Third-Party-Entwickler machen müssen, dann brauchen wir auch kein Eye-Tracking. Nein, das hat ganz okayisch geklappt bei der PlayStation 1. Jetzt müssen wir mal gucken, also PlayStation VR 1. Sondern mal gucken, was das so wird. Aber ich hoffe, Sony hat da die Hausaufgaben gemacht und wir werden so viel Spaß haben. So, und jetzt schreibt mir mal bitte von euren Erwartungen an die PlayStation VR 2. Ja, was denkt ihr über das Rumble am Kopf? Oder seid ihr zufrieden mit der Auflösung? Wollt ihr mehr? 8K pro Auge, so wie Apple es bringen wird. Oh Mann. Ja, ich freue mich über ein Däumchen. Abonniert gerne den Kanal. Das war jetzt mal eine kleine Reaktion auf die aktuellen Gerüchte zum neuen PlayStation VR-Hatet mit 4K-Auflösung und fantastischer Technik. Ist doch nett alles, oder? Bis denn, macht euch einen schönen Tag. Bei uns in Hamburg ist hier alles super grau und verregnet. VR-Wetter. Tschau. VR-Wetter.